So, hey, da wär ich wieder mit DrangBallZ und das ist der von Goku. Gerade eben soeben habe ich Ninja Blade beendet und da habe ich auch gedacht, machen wir uns einfach daran jetzt und ja, beenden auch das Ganze, weil wir sind nämlich schon auf Namik angekommen und sind schon dem Ende sehr nah, würde ich mal sagen. Oh, fuck. Ich habe noch die Steuerung von Ninja Blade drin. Oh, ja, ich habe die wirklich noch drin. Ah, fuck. Wieso zieht denn er so viel ab? Inventar, Kräuter. Oh, lag. Achso, Moment eben, ich starte kurz die Aufnahme neu. So, da bin ich wieder. Ja, ich hatte falsche FPS-Einstellungen drin bei der Aufnahme. Das war natürlich ein Fehler. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, ich nehme nicht mit 60, sondern mit 30 habe ich aufgenommen. Aus welchen Gründen auch immer. Muss ich natürlich noch umstellen. Ähm, jetzt wird es langsam wirklich kritisch, mein Lieber. Oh Gott, wieso sind hier denn alle so scheiße... Stark, wollte ich sagen. So, nochmal Kräuter. Die Tür ist zugeschweißt. Sieht eh ziemlich lädiert aus. Seit wann kennt Goku solche Wörter wie lädiert? Also bitte. Da kann ich hochfliegen, nehme ich an. Da speichere ich aber erstmal kurz noch. Spielstand speichern. Ja, großartig. Danke. Okay. So. Jetzt hier. Da, bau, 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 bau. Das war's auch. So, 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 so. Wow. Nein! Oh, mich will hier alles töten. Was hat so ein Goku jemals diesem Lebewesen angetan? Dass sie ihn töten wollen. Ich habe zwölf erreicht, ey. Wenn ihr sonst mein Leben hättet, ihr mir auffüllen können, ihr Penner. So. So. Ah, scheißviech. So. Nochmal speichern für alle Fälle. Ähm, nach oben. Ich weiß auch gar nicht, wohin eigentlich. So, da oben ist irgendein Baum. Aber ich töte mal die ganzen Leute hier, weil... Ich will natürlich... Äh, hohes Level erreichen. Damit ich... Oh! Oh Gott! Oh, wie soll ich hier ein... So... Oh mein Gott! Kräuter. Oh, du Ficker! Wow, das ist ein uralter Tempel. Ja, interessiert mich ein Feuchten. Ich bin gleich tot. Oh Gott! Dieses Spiel. Oh Gott! Oh, meine Fresse. So. Nee, gegen den kämpfe ich nicht. Da habe ich gleich gar keine Chance. So. Ach, falsche Taste. Du bleib bloß weg! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will nicht. Hier ist noch einer. Ah, das nächste Level. 20.000. Hat die mich verarschen? Wie viel gibt denn so ein blöder Soldat? Das will ich jetzt wissen, aber... Ein Kraut. Pff, wow! So, ich habe... Für das nächste Level brauche ich 20.000. Ne? Dann will ich wissen... Why? Why is this game so bad? Oh, okay. 10.000 gibt er mir. Geht eigentlich. Ich hätte eigentlich weniger erwartet. Ups. Nein. Nein, da ist ja noch schlimmer zu kämpfen. Wow. Nein. Nein. Ich berd. Ich werde sterben. Oh. Oh. Sieg. Oh, scheiße. Tu mir nichts. Tu mir nichts. Tu mir nichts. Oh, ich liebe dich. Wieso sind hier so viele? Und ich habe so wenig Leben. Ups. Ich werde hier nicht sterben. Oh, Gott. Oh, fuck das. Ah, hier. Ist das nicht, äh... Unser lieber Drache Polunga? Oh, Gott. Ich fliege ihm vorbei. So, ich gehe lieber hier rein. Oh mein Gott. Ich speichere. Ich kann mich noch an den blöden Tempel erinnern. Ich habe... Es gab irgendwo einen Geheimgang, glaube ich. So. Was nehmen wir? Oh. Ein Teleporter. Wow. Sei großzügig zu deinen Brüdern und die Ehre wird dein sein. Mhm. Danke. Oh, nee. So, wenn ich den aber besiege, dann sollte ich eigentlich auch Level-Up werden. Ich sage mal nichts jetzt. Oh, Gott. Ah, immerhin volles Leben, ja. Wow. Wieso ist das Spiel so gut? Ah, so. Komm schon. Wir sind auf dem Planeten Namik und bald stellen wir uns Freezer. Wenn wir irgendwie überhaupt bis zur Freezer, oh Gott, schaffen. Ah, du hast Level 13 reich. Du, ah, bis aus. So, gelber Teleporter, roter Teleporter. Hm. Welchen nehmen wir? Warte, wie viel habe ich? Okay, drei muss ich vernichten von den Viechern. Damit nicht ein Level-Up. Oh, leck mich doch am Marsch, Alter. Ich ziehe es aber ganz schön ab. Mein lieber Schalding. Okay. Geh down. Okay, ähm... Okay, die Hand zeigt irgendwie dorthin. Also gehe ich mal dorthin. Oh, lo, lo. Was steht denn hier? Oh, da ist Piccolo. Äh, verbannt seien jene, die ihr Dorf im Stich lassen. Mhm. Ja, Piccolo ist das nicht. Besser gesagt, Namekianer. So, hierhin. Ein Geheimgang. Oh. Oh, hallo. Was ist denn das? Du bekommst ein magisches Artefakt. Weil du einfach awesome bist. So, hier durch, hier durch, hier. Oh, oh. Ah, Gott. Lass mich hindurch. Da ist das Grüne. Ich will zum Grün, aber ich muss ihn besiegen. Oh, mein Gott. Okay, so, okay, so. Also, jetzt brauchen wir anscheinend kürzer für sie. Oder ich. Besser gesagt. Brauch kürzer für diese blöden. Viecher. Oh, yeah. Oh, mein Gott. So. Gehst du bitte down? Denn ich möchte... Danke. Ich möchte hier doch schon weiterkommen. Wenn du dem Feind unterliegst, wird die Schmach dich ewig verfolgen. Okay. Hier hin, hier hin. Ah, hier ist ein Geheimgang. Ach, bin ich nicht hier am Anfang? Gibt's hier irgendwo einen Geheimgang? Nein, 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 nein. Hier gibt's nur... ... was zum Fliegen. Hier auch nichts. Nein, 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 nein. Okay. Hier unten war das doch, glaube ich. So, hier ist... Ach, hier komme ich hier hin. Ah, Mensch. Oh, Mensch. No. Du hast mich erwischt. Oh Gott, ich muss speichern. Weil dann fang ich... Ich nehm mich von hier an. Lelele. Okay. Oh. Oh, 14. Bombenklasse. Na ja, das ist... Wie bitte? Ich konnte dem doch gar nicht ausreichen. Ah, ich brauche ein Kraut. Ich habe kein Kraut. Oh, down, mein Lieber. Ach, da unten kann ich, glaube ich, auch hin, oder? Nee, kann ich... Ein Arsch kann ich. Ähm... Ah, nee, bitte. Lass mich doch einfach hin drüber. Oh Gott, 5.000. 5 von denen muss ich erledigen. Ihr habt sie noch nicht alle. Um genau zu sein, 6 eigentlich. Kann ich hier durch? Nein, auch nicht. Ah, dieser Dungeon. Ich sag eigentlich, ich nenne ihn mal Dungeon. Der ist... Geht nur so auf die Eier. Ich habe ihn noch in Erinnerung. Den habe ich durch Glück einmal nur geschafft. Wirklich durch Glück. Links, rechts, rechts, links. Nein, Dungeon. Mann! Dieses Spiel. Ja, du. Let's play doch einfach mal das bescheuerste Spiel überhaupt. Oh Gott. Jetzt muss ich den wieder töten. Oh Mann, ey. So ein Aufwand. Äh, die ziehen ein Viertel ab. Fast. Was sind das für Krieger? Ich kenne keinen Gegner, der... Malacca! Der Son Goku so viel abgezogen hat. Oh. Mein Gott, ey. Speichern. Na, jetzt kommt hier oben einer. Den ich niemals besiegen werde in meinem ganzen Leben. Weil er hat mich verfolgt. So ein Goku. Ne, dort gehe ich nicht hin. Dort sind... Ohohohohoho. Ohohohoho. No. Ich hab kein Leben mehr. Hab ich geteatet? Ich hab kein Leben mehr. Ich hab kein Leben mehr. Aber ich bin alive. Komm schon. Komm schon. Vielen Dank.